Wenn ich in so einem Haus leben möchte, wo man gar nicht weit hinaus schauen kann, mit Sicherheit nicht. Und ich erinnerte mich an Nietzsches Zarathustra, der mit seinem Begleiter durch ein Dorf lief und sagte, was sind dies für kleine Häuser, mit ach so kleinen Fenstern können hier große Geister wohnen.